Und das nächste Thema ist, Satan besicht. So, wenn wir mit Seilen schaffen wollen, bräuchte wir Kläuter haben, dort. Die Kraft über dem Satan ist dort. Wir haben die Allmacht. In Epheser Kapitel saß, verstehen, dort sagt dort, Der letzte meine liebe Bruder sieht stört an dem Harn und an die Macht von seine Kraft. Und tragt an dem Harnes Gottes, wat uns die Kraft geeft, über diese teuflische Macht. Wens, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wir haben mit gewollte Macht, die wir unter dem Himmel an den Diesternis harschen tun. Das ist ein Vers, das uns das Wiesende hat, dass wir eine düstere Macht haben. Oder wir haben eine Macht, die eine düstere schafft. Und dass wir wirklich bräuchten, diese Allmacht Gottes anzutragen. Und dass wir überwinden können. Er steht hier Matthäus 1, Vers 8 hier und wieder. Hier sagt es, So, von was haben wir auffallen? Und ich habe hier ein Bild, was ich erkläre, was ich schicken, und so starte man sich offen, dass. Die Baste Harnes Gottes, was wir an den Harnes Gottes, hier haben wir hier, rundherum Harnes, schreven, was unsere Tinger, unsere Großteinger, beschützen das von Generationen sind. So, wenn wir uns anzutragen, mit der Wahrheit, mit der Fried, mit Gottes Wort, mit einer Radung sein, in den vollsten Glauben im Gebet, wenn wir mit dem Kleid angetrokken sind, mit dem Gerichtschaft angetrunken sind, dann haben wir nicht Angst, zu haben, dass sie so tun, oder dass sie so tun uns, was sie immer wollen. So, hier ist eine große Gelegenheit, was wir nicht tun. Wir dürfen nicht ständig immer fäten mit Fleisch, wir brauchen uns das anzutragen, das beschätzt uns von diesem Fett. Wieder gehen wir in das nächste Bild. Hier habe ich ein Bild, das erklärt, wo wir viel mehr sind. Das ist ein, wie kann es sein, ein Kampf, wo wir viel mehr sind. Wir checken an uns olet, die vielsleben an, so ist das hier das. Das nennt uns Fleisch der Mensch, an die Fleisch der Macht, was immer ständig bei uns ist, was immer was immer an uns grillen, was immer an uns was laste machen, und dort checkt, wie viel mehr so sein soll, dass wir verletzen, wo er endlich an uns glauben ist. Und in Römer 7, Vers 24, da sagt es, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? So, das meint, ich verlorene, oder mokke, ja Mensch, wer wird mich losmaken von mein Charpa, was nun tot ist. So, mein Charpa, mein Stoffel der Charpa zu haben, dort ist das Fleischel der Eckbeine, und dort ist das, was mich nun tot bringen hat. Und wer wird mich losmaken davon. So, wir haben die Charme verabredet, das ist ganz klar, aber wir haben auch 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 20. Und da sage ich das, wenn er uns verdäumt wird, wir können dann denken, Gott, das Gerater, er weiß alle Dinge. Er kennt uns, das kleine Junge hier, dort ist uns an das Annel, das Jesel das Wort, was die Entscheidung zu merken hat, wo wir haben wollen, was wir wollen. Und aber, wir haben uns Fleischel das Eck, dort mole ich hier auf, was ein Beister steht, was uns ganz ständig grillen will. Ich weiß kein betere Weg, den Teufel, zu erklären, als mit mein Einer Eck. Du hast kein betere Weg, wo du wirklich den Teufel, seine Macht, erkanen in seine Kaas, als wenn du nur dein Einer Fleischel das Eck kiekt. Und wenn du da handcheckst, das ist manchmal schrecklich, wo du uns schweilend hätt. Und das ist viel mehr unsere Troubles, und das versäge ich, wenn ich mit Seilen schaue, für du, er hat dort zu wiesen, wer das ist, und wo das ist. So wurde er mit, wie dort seinen, wie Brücken, die Erkanen, dass wir wirklich verloren sind. Dass wir eine Gotteshaunbrücke geworden sind. So wurde er mit dabei. Weil, bedrägt sein, das bedrägt sein, allein noch nicht zu sein. Bedrägt sein, das fehlt mal, wenn wir noch an das Fleischel das Eck kieken. Wie Matthäus sagt, in 20 Vers 38, da sagt, Jesus wird auch bedrägt, aber er wird dort. Warum? Das hat man die große, schwere, Sinderlöse zu tun, wo er ganz auf sich nehmen hat, und er wüsste, was das kostet wird. Das kostet sein Leben. So, dass wir noch einmal bedrägt sind, das ist nicht der Sinn. Ob er an der Bedrägtung zu bleiben, wie man weiß, wo wir hingehen mit dort. Jesus weiß, wo er anging. Er ging allein im Garten, in der Zeit, und dort ist, wo er seine Bedrägtung Gott übergeben hat. Er sagt nicht, meine Welle, die Welle soll passieren. Und da ist die Frage, dass wir manchmal feilen, denn wir sollen uns ihr vieles Leben loslassen. Die Leihnis, was der Teufel hat, und die Jefele nicht, und wir sollen uns glauben, das ist das, dass wir das loslassen. Das macht uns bedrägt. Sicher, wie man die Storven tot hat, und das ist, was uns schwer macht, und das. Reimer 3, Vers 9, Vers 9, Vers 9, Vers 9, Vers 9, Vers 9, Vers 10, 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 Du hast nicht ein geborener Christ, fleischlich geborener Christ. Du hast nicht einer, der von Jungs so fern abgetrocknet ist, der nicht diese Erratung brägt, der nicht von den Fleischlösen brägt. So, dort muss ich klar sein, und dort muss ich fehlmal, wenn ich seine Haupte will, und die Mathe mit Erd an das Gefühlsleben angehen. Dort ist weiter, was sie feilen, ob dort wirklich von der Leihnis vom Teufel ist, was sie feilen, und sie kontrollen das, oder nicht. Du wirst sehen, wo du bist. Reimer 3, Vers 23. Du hast einen Fan von Versch. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzu mal Sinder und Mangel des Rimmens, den sie bei Gott haben sollen. So, du hast kein Unterschied an die Menschen. Wir sind rein alle Sinder. Und wir sind alle Söhne, wo das Mangel des Rimmens wird. Wir werden alle nicht dort errichten. Da sind wir rein alle über rein. Und dann führt es die nächste Versch. Dort dreht sich der Arm. Da sag ich dir, Opa, die nächste Versch. Da sag ich dir, wir wurden ohne Verdienst erreicht. Hör ich dir mal, wir sind rein alle verloren. Wir sind alle unter dieser teuflischen Macht, mit uns in einem Eck gebungen. Aber wir sind ohne Verdienst. Wir werden durch die Genode und durch die Erlösung von Jesus Christus, was er getan hat für uns. So hier dreht sich das Bild. Hier ist ein Geschenk. Hier ist diese Wiedvolle Hand, die Gott eraufgeregt hat mit Seen und Seen, und er darf uns anladen, das Geschenk anzunehmen. Und was braucht das? Bloß das Bild zu checken, wie Brücken umgedreht zu sein. Wie nanen das Wort betieren. Amtieren. Waren geboren. Je transformiert. Das sind viele Wiede, die wir brauchen zu haben. Wie wir das tun, allein durch diesen Glauben. Das sagt in die Bibel ganz klar, der Glaube ist, was uns gereicht macht, für Gott. Aber wir glauben an den Seengottes, was ihnen Leben gegeben hat, und alle Sünde betont hat, da können wir frei werden.